Der WeWin Award präsentiert das nachhaltige Start-up Homepower Solutions. Wir wollen mehr über euch wissen. Also worum geht es? Die HPS hat ein Produkt entwickelt, das heißt PICARE. PICARE ist ein Energiespeicher für Einfamilienhäuser. Das Besondere an PICARE ist, mit PICARE kann der Kunde aus seiner eigenen Solaranlage seine gesamte Energie erzeugen. 365 Tage im Jahr, auch im Winter und das erstmalig weltweit. Wir wollen die Welt ein Stück besser machen. Was macht ihr für Nachhaltigkeit? Also wir verfolgen die CO2-Vermeidung und zwar vollständig. Das heißt, wir haben die Energieversorgung für Einfamilienhäuser ermöglicht mit einem sogenannten Null-Liter-Haus. Es gibt kein CO2-Footpunkt, sowohl für Strom als auch Wärme, komplett regenerativ, nur aus der Sonne. Und das entspricht einem Äquivalent pro Haus, pro einzelnen Haus von 170 ausgewachsenen, 35 Meter hohen Fichten. Die binden so viel CO2, wie wir in einem Haus einsparen. Und wir würden total gerne mit euch gemeinsam richtig viele von den Häusern in die Welt raustragen. Wer seid ihr eigentlich? Stellt euch und euer Team doch mal bitte vor. Mein Name ist Henrik. Mein Hintergrund ist, ich habe mal Physik und Chemie studiert, arbeite seit 25 Jahren im Bereich Energietechnik, im Bereich Energiespeicherung, Wasserstofftechnik. Habe schon andere Unternehmen gegründet und mit der HPS erfülle ich mir einen Traum, letztendlich wirklich nachhaltig für die Energiewende was richtig Gutes zu tun. Mein Name ist Siad Abulella. Ich bin mit Henrik zusammen Gründer und ich habe auch einen technischen Hintergrund, habe Ingenieurwesen studiert an der Universität und danach auch vom ersten Tag an auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien gearbeitet. Und für mich erfüllt sich auch ein Traum, das Lebensumfeld von Menschen mit so einer Anlage mit zu gestalten. Und ich glaube, was an unserer Arbeit auch noch ganz wichtig ist, sind die Menschen, die wir gewinnen konnten, mit uns an dieser Lösung zu arbeiten. Wirklich mit herausragenden Kompetenzen. Es macht es jeden Tag Spaß, gemeinsam anzuracken. Und wir alle sind, glaube ich, gemeinsam dankbar, an so einer sinnstiftenden Arbeit teilhaben zu dürfen. Und was ist besonders an euch? Also was ist euer USP? Die HPS hat einen Energiespeicher entwickelt, der anders als herkömmliche Batterien hundertmal so viel Energie speichert und damit dem Kunden erlaubt, im Sommer so viel Energie einzusammeln und zu speichern, dass die Energie für den Winter reicht. Dieses Speichern der Energie erzeugen und Speichern der Energie 100% regenerativ und CO2-frei und dabei 100% transparent. Jetzt für deinen Favoriten abstimmen. wewin-award.de